Geil Ja wir müssen bis unten hin kommen, dass wir auf die andere Seite kommen Centos Bei Pay2Win Ja weiß ich ja Wir müssen einmal komplett durchkommen Mach das ja immer so, sonst zwischendurch Sonst lohnt sich das nicht So, Fisch hab ich, den brate ich jetzt kurz Hatten wir eigentlich irgendwo noch Kartoffeln? Keine Ahnung Ich glaub ja ne? Eine Poison Kartoffel Ja die kannst du nicht kaufen, schade Fuck Wir müssen Zombies klatschen Der ist es auch nicht, dann ist es der Wir müssen unbedingt Zombies klatschen Ja So, ja ich brate gerade erstmal Eisen, damit wir uns paar Eisensachen machen können Weil mit Steinschwertern sind wir ein bisschen blöd Boah Boah wie gesagt, wir brauchen noch ne Kartoffeln Karotten gab's ja auch von den Viechern ne? Ja Ja Hier haben wir nämlich nur ne Goldene Ja, hier sind noch Pfeile drinnen, Black Wenn du die mitnehmen willst, zwingen Bogen Weil ich bin nicht so der Bogen-Typ So, Fisch haben wir auch Liebe Bogen, Bogen ist das Beste Äh Hier ist noch ein kaputter Bogen, aber sonst können wir den Sonst können wir ja einen neuen machen, wir haben ja Strings haben wir eigentlich genug Wir brauchen die ganzen Last Okay, die Fahrt, da haben wir die Garn Das ist bestimmt nur mit der Venture bauen, ne? Ja So, Eisen geht direkt in die Kiste rein Ah, das ist noch Hä? Eine Stormbox in der Stormbox in der Stormbox in der Stormbox in der Stormbox? Jo Ja Warum? Hast du auch bekommen? Ja Cool, ne? Pulverweiser auf Pulverweiser, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ach, hier kommt noch was zwischen Ja, okay Pulverweiser Ja, das stand schon alles, finde ich so Ja, ich hab das jetzt immer angeschlossen, damit der laufen kann Mhm Der Solar Generator pumpt sich jetzt gerade leer So machen So, Orange Aber ich muss ja den Ventan noch lernen So nochmal Orange Okay, von der Farbe haben wir jetzt noch Orange, Rot und Gelb Okay Ah, und die anderen Dinger müssen wir gucken, wie wir die kriegen So, und ich geh... Ach, die Wensch, da will ich nicht mitnehmen Die bleibt hier Nein, Mau, ne Ich geh mal wieder runter Ja, nur 4 Claim Ja, ist gar nicht gut Warum denn ich bin ganz so satt denn? Weiß ich nicht Lass mal behalten und irgendwie verbrennen oder recyceln oder so ein Quatsch Ja Ja Ah, schon wieder Spinnen, ey Ich hasse Spinnenviecher in diesem Kackspiel Ja Der fängt Pistinger Ja Das hat jemand gemutet gehabt Ja Black, Black Ja 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 Die Tanks Das ist Black Black der Muter Ja Hm Ach, das fehlt Äh Koffer und Koffer und Lass, das ist Dann Alter, das ist doch nicht wahr, warum kommen die ganzen Spinnen her, haben wir da unten schon wieder Spawner Oh nein, Black muss weg Oh nein, Black muss weg Koffer Koffer da Koffer haben wir, als Erz Na, schön Du packst dann den Pulverweiser rein Ey, du kriegst dann was hinzuziehen Ist doch um die Ecke Ja und? Koffer Ich hasse einen, Spinnen die nur einen Block drüber sind ey Du stellst sie ja auch immer an Die wurden doch nur erfunden, damit man Schaden machen kann Die wurden doch nur erfunden, damit man stirbt Ja ja, klar Fängst du denn? dass sie lieb zu mir sein können ja verspinde doch speedy spider jetzt gehen wir ein bisschen runter mal schauen vielleicht komme ich an die kiste dran die unten ist was da spinnen sind im weg ja habe ich die zwang boxen nebeneinander gestellt jetzt anstatt die wieder nicht zu faul für glaube ich dir das ist immer auch jetzt auch noch einen drin der klar land da ist sonne eineinhalb herzen ein herz tot ist doch nicht wahr scheiß spinnen die gehen rein richtig auf den zwergfell ich muss erst mal los zu machen bestem und schwert stick sticks blöcke bräuchte gleich haben wir dann mal dafür brauchen wir in beiden gibt ich glaube das müssen wir haben das weiß ich nicht 1 2 3 4 ich habe noch ein schwert hat zwei sticks haben wir noch eine eisenspitze sicher ist sicher ja was brauchen die sind die glas tanks scheiß leben oder die ganze level weg bekommen wir haben sogar harden glas ja aber verballert das nicht ein stück haben wir nur ja dennoch ich weiß nicht was man das noch verwenden kann für die quest ja aber auch boah warum ist denn so viel los hier und jetzt brauchen wir enderium verarschen das spiel will mich da verarschen wo kommen die ganzen monst alter ich kann nix mehr attacken hallo centos ich kann nix attacken das hat mich gerade ein creeper gerettet hat er mich ja dort gemacht das konnte ich gerade nicht konnte die spinne nicht attacken mhm 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 ok da ist mein respawnpunkt mhm 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 he tych ist doch nicht wahr oder ob Oh, wo kommen die Spinnen denn überall her? Ich hab jetzt nur noch zwei Herzen, ey. Wo ist jetzt mein Grab? Komm, geh sterben. Hau da ab, spinn, hau da ab! Boah. Übrigens, wenn du Fervus oder Platinum findest, ne? Ja, soll ich's mitbringen? Unbedingt mit. Wenn ich Leben rauskomme hier, ja. Ja. Dann geh ich die ganze Zeit nur fast hier drauf. Brauchen unbedingt irgendwie, ich automatisier gleich irgendwas unten im Keller. Okay. Alles Essen, das ist, wenn das sich automatisierend ist, das ist wirklich knapp. Klopf, klopf. Ja. Ja, das sind doch die Graben. Klopf. Ey, überall Mistviecher. Und Fernets, sonst haben wir auch noch Fernets generiert, ne? Mhm. Ich weiß. Ich weiß. Er meinte irgendwas mit Kutterneuschatten oder so. Keine Ahnung. Naja, gibts. Ich weiß nicht, was läuft noch. Sag mich, was du da willst. Dass du gleich, dass er dich vorwart und der gleich den Router einfach runterfährt. Kann er nicht machen. Warum? Warum nicht? Weil er da nicht drauf zugreifen kann. Achso. Ich will da unten hin. Tin finde ich die ganze Zeit. Tin, Silber, das ist glaube ich eher... Ja, dann ist das häufiger. Was hier unten, glaube ich, vorhanden ist, extrem viel. Mhm. Das stimmt. Und überall Löcher in den Wänden, wo die ganze...